Leandro Damian Kufr ist ein argentinischer Fußballspieler. Leandro Kufr spielt seit 2006 für den As-Monaco. Der Verteidiger begann seine Karriere in seiner Heimat bei Gymnasia Y.S. Grima de la Plata, spielte anschließend bis 2006 in Italien U.A.R. für den As-Rom und wechselte dann zum As-Monaco. Kufr gewann 1997 in Malaysia die Junioren-Fußball-Weltmeisterschaft und feierte im Jahr 2000 sein Debüt in der argentinischen Nationalmannschaft. Er wurde in den argentinischen Kader für die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland nominiert, absolvierte aber nur ein Spiel. Am 30. Juni 2006 erhielt er im Viertelfinale gegen Deutschland nach einem Tritt in den Genitalbereich von Pemerte Saka als erster Spieler in der Geschichte der Fußball-WM nach Spiellende eine rote Karte, obwohl er in diesem Spiel gar nicht eingesetzt wurde. Von der Disziplinarkommission des Weltverbandes FIFA wurde er hierfür für vier Pflichtspiele gesperrt. Außerdem musste er 6.100 Euro Geldstrafe zahlen. Am 13. Darauf sperrte der französische Fußballverband Kufr auf unbestimmte Zeit für die Liga 1. Am 29. Januar 2009 wechselte Kufr bis zum Ende der Saison 2008-09 nach Berlin zum Fußball-Bundesligisten Hertha BSC. Zur Saison 2019 unterzeichnete Kufr zunächst einen Vertrag über zwei Jahre bei seinem Heimatverein Gymnasia La Plata in Argentinien, wechselte dann aber zu Dynamo Zagreb, dessen Kader er seit dem 19. August 2009 angehört. Untertitelung des ZUh� Test